Ich würde gerne eine allgemeine Vergessenkoll ganz kurz bei Ihnen machen, nur zum Waffenschein haben und Sparte Papiere, wenn es okay ist. Ja, kein Problem. Alles klar, nehmt Sie ganz kurz fest. Ja, wir haben ein kleines Problem, es geht gerade, wir haben ja keinen Führerschein. Waffenschein haben Sie, ist alles okay, aber Führerschein haben Sie leider nicht. Ja, den habe ich so immer verloren, wollte ich mir neu holen. Ja gut, da ich jetzt einen guten Tag habe, war ich mal, ich gebe Ihnen das Ticket von 10.000 Dollar, eigentlich müsste ich Ihnen dann der Fahrzeug jetzt erstmal entnehmen. Aber das lasse ich jetzt schauen, Sie haben ein kleines Ticket und dann können Sie sich dann einen Führerschein kaufen gehen. Okay, danke. Wunderbar. Dann schnellstmöglich irgendwie die Lizenz kaufen gehen und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, mache ich. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Danke, Lechwalz.